Herzlich Willkommen mein Lieben Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier wie ihr schnell und einfach Coins macht Freunde. Ich habe 5 krasse Sniping Filter für euch vorbereitet, zudem 5 Spieler wo ihr all in gehen könnt und noch 2, 3 etwas teurere Spieler wo ihr euch auch in Ladung gönnen könnt Freunde. Wenn es euch wie immer gefällt sehr sehr gerne Daumen hoch geben Freunde. Zudem werde ich euch natürlich auch wie immer meine UV Liste zeigen Freunde und ihr seht wir haben mittlerweile 63 Millionen Coins ertradet. Deswegen wenn ihr hier neu seid und nichts mehr verpassen wollt lasst hier sehr sehr gerne ein Abo da Freunde gebt sehr sehr gerne einen Daumen nach oben. Bei 200 Likes werde ich morgen das nächste Trading Video hochladen und dann würde ich sagen gehen wir rein in Trading Methode Nummer 1 Freunde. So Freunde Trading Methode Nummer 1 Silberspieler League Or sehr sehr viele Quinten aktuell wieder die League in der SPC muss man sagen. Das geht wirklich unfassbar gut und ihr seht die kriegt ihr alle eigentlich für 800 gesniped. Und man muss sagen im Durchschnitt jeden League Orspieler kriegst du ungefähr für 1100 verkauft. Das heißt ihr könnt hier wirklich jede Karte einfach mitnehmen die ihr entweder für 800 erboten bekommt oder hier snipe bis 800. Ihr könnt auch wenn ihr sagt ok 50 Coins mehr zahlen könnt ihr auch machen oder hier 300 das ist natürlich ein Geschenk. Müsst natürlich schnell sein ich war natürlich jetzt sehr sehr langsam aber es kommen hier dauernd auch Schnapper rein. Wenn ihr schnell seid kriegt ihr diese Karten das könnt ihr nicht nur natürlich mit den League Spielermann sondern auch mit den ganzen anderen Ligen wo ich natürlich euch jetzt auch die Preise zeige. Ihr seht hier zum Beispiel jetzt Serie A ist aktuell sehr sehr günstig. Also da kosten die Karten wirklich gerade nicht viel. Die kosten 600 hier würde ich empfehlen die für 400 oder 450 einzukaufen und für 700 reinzustellen. Also die könnt ihr alles was ihr unter 500 bekommt hier oder maximal 500 für die Serie A Spieler und die dann für 700 reinstellen. Ja 500 bekommt ihr hier auch wieder zwei Seiten könntet ihr mitnehmen und dann so 700 oder 750 reinstellen könnt ihr auch machen. Oder wenn ihr Bock habt schaut ihr halt jede Karte nach und stellt die so rein wie die natürlich wert ist. Ihr seht es kommt da dauernd auch welche rein. Dasselbe machen wir mit der Bundesliga das geht aktuell mit jeder Top Liga außer Premier League. Premier League ist aktuell wieder zu teuer und man sieht ja es ist sehr sehr viel bei der Bundesliga da. Man muss auch sagen es kamen gerade Squad Battles Rewards. Lass ich das jetzt hier aufnehmen Freunde. Das ist natürlich ein bisschen mehr Supply wie wenn wahrscheinlich ihr das Video jetzt mittags schaut. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht so viel jetzt für 400 oder 500 geben. Ihr könnt hier eigentlich jede Karte für 500 problemlos einkaufen. Okay die sind teuer die La Liga Spieler. Da hatte ich gerade nur eine Hand am Controller. Ja La Liga Spieler sind teuer. La Liga ist 1K. Sogar mehr. Ja sogar mehr. Ja also 900 könnt ihr die Snipen gehen. Für 1,2, 1,3. Oh sogar noch mehr. La Liga kannst du wahrscheinlich für 1,4 sogar verkaufen. Noch teurer. 1,5, 1,6. Auch dann unter ein kardieristisches Schnapper. Also die könnt ihr für 1,5, 1,6 safe wegbekommen. Ah 1,5. Wie viel gibt es jetzt hier für 1,5? Also ihr seht es gibt hier nicht mal viele. Also die könnte man jetzt theoretisch einfach alle mitnehmen. Für 1,5 kriegt man ja für die. Ihr seht da sind jetzt auch nicht viele drin. Könnte man einfach alle mitnehmen. Und dann schauen. Ihr seht das ja. Die bringen alle mindestens 1,4, 1,5. Also wenn ihr die Snipen wollt. Könnt ihr auf jeden Fall machen. Hier macht jetzt 400, 500 pro Karte Gewinn. Was wirklich unfassbar ist. Also das läuft wirklich sehr sehr gut. Und dann gehen wir noch zum letzten Filter. Ich weiß nicht, ob der jetzt klappen wird. Weil die waren eh schon bei 350. Wahrscheinlich sind die jetzt bei 300. So sieht es aus. Ja 300. Da nehme ich die auch mit. Die kann man auch gut abstoßen für die SPC. 350 könnt ihr hier jeden aus der Ehrenddevise snipen. 350. Packt ihr euch entweder in den Verein. Stoßt die ab, wie ich das mache. Oder ihr stellt die Eiler für 600 drauf. Also ihr kauft die für maximal 3,50. Ich frage die im Verein. Ihr bietet die für 6,50 an Freunde. Ganz einfaches Prinzip. Ihr wisst, meine Liste ist voll. Und ich packe eh nur noch Spieler drauf. Die 20.000, 30.000 Münzen mindestens kosten. Lohnt sich ja für mein Budget gar nicht. Solche Karten auf die Liste zu packen. Aber es gibt immer sehr sehr viele Leute. Die noch nicht so viele Münzen am Start haben. Deswegen suche ich natürlich auch immer Methoden raus. Wo die Leute nicht so viel Budget brauchen. Auch hier könnt ihr versuchen die natürlich für 200 zu erbieten. Werden wir uns natürlich gleich mal schauen, wie viel wir bekommen. Ich würde sagen, wir bieten eine Seite. Ja, wir bieten eine Seite. Da haben wir so einen guten Durchschnitt. Was bekommt man, wenn man 200 auf diese Karten bietet? Bin ich mal gespannt, was wir da bekommen. Kann sich auf jeden Fall lohnen. Wie gesagt, ihr kriegt die für 650 easy weg, diese Spieler. Das ist ein Gewinn von 400 Coins. Der gute Jerome Boateng ist wieder in FIFA drin. Und als ich den Preis gesehen habe, habe ich schon im Discord gepostet. All in gehen. 700 deutscher Innenverteidiger, 82 Punkte. Mit dem Lopez, mit den Naya, gute Links. Mit Pacueta, grünen Link. Also die Karte ist so gut für SPCs. Wer hier geduldig ist, ich bin mir sicher, wenn ihr jetzt hier mit 100, 200 K reingeht, ihr werdet verdoppeln. Mit dieser Karte wirst du deine Coins früher oder später verdoppeln. Wer keine Geduld hat, bitte nicht investieren. Aber wer hier jetzt wenig Budget hat, ich sage mal, bis eine halbe Million kannst du auf jeden Fall in Boateng investieren. Du wirst deine Coins verdoppeln. 100%ig. Also da könnt ihr auf jeden Fall reingehen. Ich würde ganz einfach das Prinzip, ich würde auch nicht für 750 Coins sofort kaufen. Wer faul ist, kann das machen. Aber ihr seht, ich würde einfach bieten. Es gibt den Reihenweisen, kein Mensch bietet hier mit. Also die Karte auf jeden Fall all in gehen, Freunde. Ich habe noch weitere Karten für euch vorbereitet, wo ihr all in gehen könnt. Und da haben wir die nächste Karte. Ich hoffe, wir finden ihn so. Ich weiß nämlich nicht, wie man ihn genau schreibt. Ja, das ist perfekt. Letzter Spot haben wir den getroffen. 650. Suyuncu. Premier League Innenverteidiger kosten eigentlich auch immer 1K. Zudem spielt Portugal gegen die Türkei im WM-Playoffs-Quali-Spiel, um zur WM zu kommen. Also um ins Finale zu kommen, besser gesagt. Und dann müssen die nochmal ein Spiel spielen. Könnt ihr auf jeden Fall 650 gar nichts verkehrt machen. Die Karte wird früher oder später zwischen 950 ein Kars nicht einpendeln, wenn ich sogar noch höre. Also auch hier könnt ihr all in gehen. Macht ihr gar nichts verkehrt, Freunde. Super Karte. Ihr seht, wie viele Seiten es hier gibt. Auch hier könnt ihr wieder komplett reingehen. Ihr habt kein Risiko bei dieser Karte. Wir gehen aber jetzt zur nächsten Karte rüber. Ja, und das ist der gute Iconet und der ist auch so oft bei SPCs bei 1.5, 1.6 oder zumindest über 1K. Auch er ist bei Abschluss. Also es sind hier so viele Karten, aktuell Abschlusspreise, die ich euch empfehlen kann. Franzose immer gut für eine SPC. Auch für Aufgaben nicht verkehrt. Iconswaps kommen bald die neuen Aufgaben. Deswegen die Karte auf jeden Fall. Macht ihr gar nichts verkehrt, Freunde. Auch ihr seht, es ist hier kein Gebot drauf. Bietet diese Karten 650 bei Iconet. Auch da habt ihr null Risiko, Freunde. Ja, Freunde, nächste Karte ist der gute Paco Alcazer. Auch der kostet 650, 700. Ja, da bietet jetzt mal einer drauf. Aber auch das ist eine gute Karte. Wie gesagt, diese Karten, die ich euch hier zeige, die gehen safe mindestens alle 300, 400 mindestens hoch. Wenn ihr Glück habt, gute SPCs kommen, können die sogar verdoppeln. Wenn ihr richtig viel Glück habt, sogar verdreifachen. Alcazer auch eine gute Karte. War schon öfters bei 2K. Deswegen habe ich mich für den entschieden. Und jetzt kommen wir zu der letzten Karte für das Low Budget. Und dann gehen wir zum High Budget rüber. Ja, und das ist der gute Stark. Der ist stark wie meine Trading-Tipps. Hat ein Tor gemacht. Könnten in Form kriegen. Zudem deutscher Innenverteidiger. Selten. Sehr, sehr gut. Auch für SPCs. Auch bei dem 650 reingehen, Freunde. Null Risiko. Superkarte 650. Zudem auch noch spielbar, muss man sagen. Falls Aufgaben wiederkommen mit einem niedrigen Gold-Team, was man spielen muss. Was ja öfters kommt für diese Icon-Swaps. Könnt ihr nichts verkehrt machen. 77 Space ist auch ordentlich schnell dafür. Deswegen. Nehmt die Karte auf jeden Fall auch mit 650. Das wären die 5 Goldkarten, die ich euch empfehlen würde. Jetzt schauen wir uns natürlich noch meine ÜV-Liste an. Und dann gehen wir noch zu Footbin rüber. Was ich euch noch empfehlen, wenn ihr noch ein bisschen mehr Budget am Start hat. Wir gucken vorher noch. Okay, haben wir 5 Karten für 200 bekommen. Ja, bin ich sogar zufrieden. Weil die kosten 400 auf dem Markt. Und du kannst, ihr seht das, okay, 250 sind die meisten ausgelaufen. Geht auf jeden Fall klar. Also du hast hier 5 Karten bekommen. Ja, ist völlig in Ordnung. Wer bieten will, kann mieten. Wer sagt, boah, ist mir zu lästig. Ja, der snipet halt einfach nur. Und jetzt gehen wir zur ÜV-Liste ein. Und man muss sagen, ÜV läuft wunderbar. Hier Müller, habe ich mir mitgenommen für 48, 49, 1000, den 90er. Könnt ihr snipen, kommt sehr, sehr billig rein. Nein, Handanovic haben wir drauf. Azpilicueta ist eine Karte, die kostet 16k. Der läuft super, weil er auch dauernd in SPCs verbaut wird. Weil er natürlich mit Laporte und mit den ganzen Premier League Spielern sehr, sehr gut linkt. Den Berggrüß habe ich mal endlich verkauft. Den habe ich schon ewig auf der Liste. Sterling haben wir noch zweimal drauf. Knapri, Sancho. Also ihr seht das hier. Ich muss jetzt hier nicht jede Karte vorlesen, die wir hier verkauft haben. Aber wir haben hier pro Karte mindestens 3.500 bis 4.000 Gewinn gemacht. Vidal eh immer gut. Obermehring immer gut. Dieser Wilson, er geht so gut. Jedes Mal geht der weg. Odri Sola, auch eine Karte, wo wir gleich noch drauf eingehen werden. Salisu, auch eine gute Karte. Und hier die letzten Karten. Oh, Ben Rama sind vier Stück weggegangen. Habe ich gar nicht gesehen. Und ich habe hier noch zwei doppelte Karten verkauft. Einmal den Paulista und einmal den Lacrox. Ich würde euch empfehlen, krasse Spieler, das könnt ihr auch noch machen, wie ein Lacrox zum Beispiel. Ihr guckt Spieler, die gut sind, die gut spielbar sind und die am besten so zwischen 700 Abstoß sind und 1.3 sind. Und dann bietet ihr die zwischen 1.7 und 1.9 an. Warum zwischen den Preisen genau? Ihr müsst ja für diese eine Aufgabe Spieler bis maximal 2.000 Münzen kaufen, um den Simon zu erspielen. Und ein Lacrox, derjenige hat 100%ig jetzt mit dem Lacrox entweder eine SPC gemacht oder er braucht ihn für diese Aufgaben. Und deswegen habe ich ihn genau für diesen Preis reingestellt. Das würde ich euch empfehlen. Wenn ihr jetzt auch noch vielleicht ein bisschen weniger Budget am Start habt, da braucht ihr auch trotzdem 200k fast, wenn ihr so eine Liste machen wollt. Oder sagen wir mal 130, 140, dann reicht das ja. Und jetzt gehen wir zu Footpin rüber, Freunde. Da zeige ich euch noch, was ich euch noch empfehlen würde mitzunehmen, was sich sehr, sehr rentiert, meiner Meinung nach. Ja, Freunde, und dann gehen wir natürlich drauf ein, was erstmal gestern kam. Gestern kam der Kalichuri, fairer Preis, kann man nichts anderes sagen, könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Ich habe mich schon mitgenommen, weil ich noch was doppelt habe. Ist eine gute Karte für die 6 oder 8, wer Bock drauf hat. Zudem hat er wirklich sehr, sehr gute Werte, 4,90 Ausdauer. Also den kann man wirklich zocken, ist eine stabile Karte. Aber um ihn soll es gar nicht gehen, denn es geht heute um folgende Karten. Um Ericsson und noch zwei andere Karten. Ericsson erstmal für die Leute, die High Budget Budget haben. Man muss sagen, ich habe mir das extra aufgeschrieben, diese Karten bekommen einen Upgrade. Und Ericsson ist mit einer der billigsten 90er aktuell. Und drei Spiele von fünf. Ericsson hat von den letzten drei Spielen alle drei gespielt. Vorher war er ja noch verletzt oder krankgeschrieben, besser gesagt. Ja, deswegen, Freunde, ich gehe davon aus, dass er mindestens dreimal spielt. Dann hat er schon 91. Macht er noch ein Tor oder Vorlage. Der hat im letzten Spiel sogar einen Assist gemacht. Geht er auf 92. Und ein Sieg aus fünf Spielen sollte Brantford schaffen. Der Toni bei denen, der Stürmer, der schießt alles kurz und klein aktuell. Und wenn wir uns das mal anschauen. Der kostet 50k. Wir schauen uns das mal an. Ich kann euch den nur empfehlen. Warum kann ich euch den empfehlen? Wir gehen auf Rating. Der ist bei 90. Ihr seht hier, okay, Ericsson bei 52. Müller bei 50. Ja, habt ihr gesehen, geht sehr gut. ÜV wächst für 56. Könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Wir gehen davon aus, er schafft nur eins, was schlecht wäre. Was wirklich schlecht wäre, ist bei 70k. Die Ericsson-Karte ist mindestens bei 70k dann. Und ihr habt 20k Gewinn. Und das ist noch nicht mal das, was passieren kann. Ich gehe sogar davon aus, also drei Spiele von fünf, wenn er sich nicht verletzt, passiert das. Ein Tor oder Assist kann immer mal passieren. Die haben gute Gegner, ich habe das gesehen. Deswegen sage ich Tor oder Assist sogar realistischer wie ein Sieg aus fünf. Es könnte sogar sein, dass die alle fünf Spiele verlieren. Aber ich gehe davon aus, dass er eine 290 Karte bekommt, was ein Profit von 30.000 Münzen ungefähr pro Karte wäre. Man muss natürlich sagen, klar, können diese Karten auch wieder ein bisschen sinken. Aber man muss sagen, ein 290er, der wird nicht unter 60.000 Münzen gehen. Der wird maximal auf 70k wieder sinken. Deswegen habt ihr hier kein Risiko. Und sollte der alle drei Dinge erfüllen, kann die Karte sogar Richtung 100.000 Coins gehen. Deswegen, auch Ericsson habe ich mir fünf, sechs Mal auf die ÖV-Liste gepackt, Freunde. Da macht ihr nichts verkehrt. Nehmt euch den mit. 52.000, optimaler Preis. Packt den ÖV schon mal drauf für 60 oder was ihr haben wollt. Die spielen auch heute, also wenn ihr das Video seht, die spielen 15 Uhr. Schaut auch vielleicht gerne das Spiel. Sollte Ericsson, sollten die gewinnen und sollte Ericsson Tor oder Vorlage machen, bekommt der schon plus 2. Theoretisch könnt ihr dann direkt rein investieren. Und wir haben noch zwei weitere Karten, wo ihr das genauso machen könnt. Ja, Freunde, das ist nämlich mit dem guten Torhüter und mit Otrizola. Die haben beide selbe Rating. Deswegen werde ich jetzt die beide gleichzeitig so gesehen bewerten. Alle drei Spieler, die ich euch hier gezeigt habe, mit Ericsson und Rossi Saar und Otrizola, die sind alle drei Stammspieler in dem Verein. Deswegen, und man muss sagen, natürlich Otrizola oder Rossi Saar, die müssen kein Tor oder Assist machen. Die müssen ein Spiel zu Null spielen und Rossi Saar spielt ungefähr jedes zweite Spiel zu Null. Also, dass er ein Spiel aus fünf Spielen zu Null spielt, ist schon mal safe. Dass er einen Siegbuch holt mit Wolves, auch eigentlich realistisch. Ich sehe hier ein plus 3 bei ihm. Und dann sehen wir hier einen Preisanstieg von 20k Ziegen. Also, ich gehe mal davon aus, dass er mindestens auf 40k, wenn nicht sogar noch höher steigt. Also, 40k mindestens. Genauso mit Otrizola. Er ist sogar schon ein bisschen gestiegen. Ich habe mir da ein paar eingepackt für 20,5, 21. Er ist jetzt schon bei 23. Sollte der ein bisschen sinken. Die haben nämlich sogar das erste Spiel nicht gewonnen. Die haben das erste Spiel 1,1 gespielt gegen Inter Mailand. Das heißt, er hat ein Spiel schon mal weg, wo er nicht zu Null spielt. Und wir können ja mal schauen, ob er gespielt hat. Ja, Freunde, zudem muss man noch sagen, bei Otrizola, er braucht ja drei Spiele aus fünf. Und er hat nicht gespielt gegen Inter Mailand. Er hat nicht gespielt gegen Inter Mailand. Das heißt, er muss von den nächsten vier Spielen dreimal spielen. Sonst bekommt er einen Upgrade schon mal nicht. Aber ich sage mal, selbst wenn er auf eine 88 hoch geht, wird die Karte um mindestens 10.000 Münzen steigen. Deswegen hier, den kannst du problemlos mitnehmen, den kannst du problemlos mitnehmen. Und Ericsson auch, wenn du Millionen von Coins hast. Ob ihr all in geht, müsst ihr selber entscheiden. Ich würde zumindest von jeder Karte fünf bis zehn Stück mitnehmen. Da macht ihr gar nichts verkehrt, Freunde. Ich hoffe, es hat euch mit dem heutigen Trading Video gefallen. Sehr, sehr viele Informationen, Freunde. Wenn ja, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr hier neu wart, Freunde. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.